Meine Bundesliga-Tipps und meine Bundesliga-Prognosen für den neunten Spieltag gebe ich dir in diesem Video. Zudem gibt es eine 30 Euro Passive-Karte, die ich wie jede Woche zur Bundesliga und zur Champions League immer verlose an euch. Dementsprechend könnt ihr auch hier mitmachen. Und natürlich gibt es zu ausgewählten Partien eine Einschätzung von mir, eine Prognose und ein paar Tipps und Tricks. Soll man das Pre-Match anspielen, soll man das live anspielen, sodass du da auch gut vorbereitet bist. Wir starten direkt nach dem Intro. Bevor wir starten, Ankündigung Sonntag, kannst du dir die erste Live-Wetten-Session angucken. Ich habe jetzt wirklich mal die Zeit gefunden, das Ganze live aufzunehmen, wie ich wette. Es war gestern bei der Champions League. Ich habe das Ganze schon am Dienstag versucht anzufangen, dann hat der Tor nicht aufgenommen und so. Und gestern habe ich das, wie gesagt, mal aufgenommen. Es ist ein bisschen chaotisch gewesen, aber ist halt alles live gewesen. Ich habe das einfach mal aufgenommen, mit der Software gewettet, sodass ihr mal seht, okay, was ist möglich. Ganze mit einer 2000er Bankroll und dementsprechend mit 100 Euro je Wette. Das ist so ein Wettereinsatz, den, glaube ich, auch die meisten stemmen können. Dann kann man einfach mal sehen, was geht da, was geht da nicht. Ich glaube, das wird extrem spannend. Es kommt Sonntag. Wenn du noch nicht Abonnent bist, abonnier auf jeden Fall den Kanal. Kommen wir zu den Partien. Einmal Bochum gegen Mainz habe ich vorbereitet. Das sind zwei Teams, die ich eigentlich sehr, sehr ungern anspiele. Warum sind sie dennoch dabei? Wir gucken uns mal den direkten Vergleich an. 5 zu 2 ausgegangen, 1 zu 2 ausgegangen, 1 zu 3 ausgegangen. Das waren so die letzten drei Spiele. Davor ist es mal nur 1 zu 1 ausgegangen. Aber die letzten drei waren auf jeden Fall sehr torreich. Und wenn wir uns jetzt mal den Overview von allen Partien angucken. Es läuft irgendwie bei keinen der beiden Teams. Was aber wichtig ist, wenn man auf Tore geht, dass natürlich auch Tore geschossen werden. Dass sie Tore reinbekommen. Das ist ja hier der Fall. Die Quote für, ich weiß, viele mögen diese ganz kleinen 1,40er Quote nicht. Wer das aber machen möchte für ein Over 2.0, das heißt bei zwei Toren, kriegt man das Geld zurück. Nur bei einem oder null Toren verliert man. Und bei allen weiteren Toren hat man halt gewonnen. Wäre das hier eine Partie, darum habe ich die mit reingenommen. Weil die Quote halt immer noch für ein Over 2.0. Meistens sind sie deutlich niedriger. Die ist halt hier relativ hoch. Und ich gehe schon von aus, dass hier mindestens zwei Tore fallen sollten. Bei dieser Partie, wo es bei beiden Teams einfach nicht läuft. Es ist das Keller-Duell. Sie schießen absolut, wenn man sich die letzten Spiele anguckt. Sie schießen Tore, sie kriegen aber auch Tore rein. Dementsprechend ist das, glaube ich, eine ganz gute Überlegung. Letzte Woche der Spieltag gefiel mir deutlich besser. Das habe ich aber auch so gesagt, dass ich den letzten Spieltag sehr gut einzuschätzen finde. Diesen ist wieder so ein bisschen schwieriger. Ich überlege auch noch ein weiteres Format mit internationalen Tipps zu machen. Das heißt nicht nur Bundesliga und Champions League, sondern immer jede Woche quasi. Wo könnten Overture fallen, Pre-Match, damit man das dann live mit der Software analysieren kann. Das werde ich mal in Zukunft eine Abstimmung machen, ob ihr dazu Lust habt. Der achte Spieltag war, wie gesagt, ganz gut. Dortmund hat lange Zeit 0 zu 0 gespielt. Die ist genau das eingetroffen, was ich in der letzten Prognose gesagt habe, dass Dortmund sich gegen Bremen schwer tut. Und dann ist irgendwann mit einer 1,50er-Quote für den Sieg von Dortmund sind wir da mit der Signalgruppe auch eingestiegen. Ich privat bin da auch selber eingestiegen. Ist genau so gekommen, wie ich es gesagt habe. Leverkusen, Wolfsburg, hier hatten wir nichts. Aber bei Stuttgart hatten wir was. Den Sieg, bei Leipzig hatten wir den Sieg. Das war auch beides richtig. Hoffenheim haben wir daneben gelegen. Freiburg dafür richtig. Dementsprechend war das eine ganz gute Ausbeute in dem achten Spieltag. So Freunde, ganz wichtiger Hinweis noch. Sportwetten-Profis wetten recht wenig auf die Bundesliga. Und wenn sie es machen, dann live. Alle Tipps, die ich euch hier gebe, sind eine Prematch-Analyse, die aber mehr oder weniger für die Live-Wetten gedacht sind. Das heißt, dass man live sich anschaut, wie performt das Team, spielt es so, wie ich es in der Prognose gesagt habe. Und erst dann wettet man live. Das heißt, man wartet erst einmal um die 10 Minuten ab. Wenn du wissen möchtest, wie ich analysiere und vor allem wie ich wette, habe ich dazu ein kostenloses Webinar gestellt, wo ich erst einmalig zeige, wie ich das Ganze mache. Denn vielleicht weißt du schon, an einem Wochenende habe ich auf 20, 30, 40 wetten. Und das habe ich erst einmalig in meinem neuen kostenlosen Webinar gezeigt. Das Ganze findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Augsburg-Wolfsburg auch tendenziell ein Spiel, wo Tore fallen sollten. Wenn wir jetzt mal gucken, dass Augsburg im letzten Spiel 5 Tore geschossen hat. Dafür haben sie ein Tor geschossen, dafür K1. Dafür haben sie wieder ein Tor geschossen und sie kriegen halt auch immer die Tore rein. Das gleiche auch bei Wolfsburg, die jetzt zweimal einen sehr, sehr starken Gegner hatten. Davor hatten wir Wolfsburg wirklich oft in den Prognosen. Jetzt war es ein bisschen weniger. Wenn wir uns auch mal den direkten Vergleich dazu angucken, sieht das Ganze auch im letzten Spiel mit dem 2 zu 2 relativ nach Toren aus. Und dementsprechend habe ich das vorbereitet. Auch hier ist die Overquote relativ hoch. Muss man überlegen, ob man dann das Over 2.0 nimmt. Dafür mit einer niedrigen Quote. Eventuell macht man das mit einer Zweier-Kombi bei irgendeiner anderen Partie, wo man davon ausgeht. Was jetzt hier noch besonders ist, Wolfsburg wird halt von den Quoten her, wir können einmal kurz raufgehen. 2,35er hier kann man den Asian Handicap 0 schon machen. Dann würde ich mir aber live angucken, weil Wolfsburg die letzten 3 Spiele halt allesamt verloren hat, waren stärkere Gegner in meinen Augen. Allerdings, wie gesagt, die Quote ist gut, Wolfsburg spielt auswärts gut. Wie gesagt, schau dir das live an, nur als Randinformation. Damit ich es nicht vergesse, haue ich direkt am Anfang jetzt die Passive-Karte raus. Du kannst mitmachen, schreib deinen Tipp in die Kommentare. Jede Woche haue ich hier mindestens eine Passive-Karte raus, teilweise in Champions-League-Phasen, auch öfters, wo du 30 Euro bekommen kannst. Wenn mehrere Leute den Tipp haben, wird das Ganze ausgelost. Wie auch in dieser Woche wieder, wo viele Leute den Tipp richtig hatten. Und ganz wichtig, schreib bitte eine Begründung dazu. Denn du siehst einfach, dass oftmals die Tipps mehrere Leute richtig haben. Dementsprechend sind hier sehr gute Leute auch dabei, die sich Gedanken machen. Da kriegst du auch immer nochmal gute Tipps dazu. Bei Leverkusen gegen Freiburg, also generell der Spieltag, finde ich, ist recht mau. Das erstmal dazu. Also es gibt wenig, was man sich Prematch wirklich angucken kann. Ich mache das Ganze ja eh immer live, zum allergrößten Teil. Aber ich gucke mir natürlich immer Prematch an, was ist interessant. Hier habe ich jetzt eine Sache. Wir gucken einfach mal kurz die letzten Spiele an. Hier hat Leverkusen in der ersten Halbzeit getroffen. Bei dieser Partie ebenfalls in der ersten Halbzeit. Zum Beispiel auch wieder die neunte Minute. Hier hat Leverkusen in der ersten Halbzeit getroffen. Und hier hat Leverkusen auch in der ersten Halbzeit getroffen. Das heißt, sie schießen relativ schnell Tore. Sie wollen das schnell klar machen. Und dagegen ist Freiburg ein Team, was hier zum Beispiel ein frühes Gegentor bekommen hat. Gegen Bayern ebenfalls ein frühes Gegentor. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Die Quote ist 1. Ich meine 45 war das in etwa 1,50. Eins von denen, ich weiß es nicht mehr so genau, das in der ersten Halbzeit Leverkusen Tor schießt. Würde ich mir live angucken. Ist aber einfach, was wir sehen, dass Freiburg früh immer sich ein Gegentor oftmals fängt. Und Leverkusen von Anfang an Druck macht, glaube ich eine ganz gute Sache. Wir losen jetzt nochmal kurz aus, wer die letzte Paysafe-Karte bekommen hat. Überraschenderweise 3 zu 1 fürs Heidenheim haben 1, 2, 3, 4, 5 Leute richtig gehabt. Wäre ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf gekommen. Dementsprechend schaut euch die Kommentare an. Da sind gute Leute dabei, die davon Ahnung haben. Der allerechte Boss. Bitte in Zukunft immer einen Kommentar dazu schreiben, warum du davon ausgehst. Aber du hast die Paysafe-Karte bekommen. Für alle anderen wünsche ich viel Erfolg und liebe Grüße.